Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 der digitalen Messe von Minox 2022. Mein Name ist Dirk Feest. Gestern habe ich Ihnen etwas über unsere Wildkameras erzählt. Heute möchte ich Ihnen gerne etwas über unsere Ferngläser erzählen. Minox bietet eine große Auswahl an Ferngläsern für nahezu jeden Anwendungsfall. Begonnen bei kleinen kompakten Ferngläsern für Wanderungen oder einfach um immer ein Fernglas unterwegs dabei zu haben, weil mit dem Fernglas ist einfach alles schöner. Die kompakte 34er oder auch die 33er Variante eignet sich hervorragend fürs Handschuhfach oder auch einen Wanderausflug. In der mittleren Kategorie 42er, 44er Gläser, ideal geeignet für Pirsch, Naturbeobachtung, Vogelbeobachtung. Wir bieten Ihnen für jeden Anwendungsfall das richtige Glas in 8er oder 10er Vergrößerung. Wer gerne bis zum letzten Licht unterwegs ist, kann auf unsere bewährten 8x56er Gläser zurückgreifen und wird auch damit mit Sicherheit nicht enttäuscht. All diese Ferngläser vereint, dass sie aus unserem Standort in Wetzlar nicht nur designt, sondern in Teilen auch gebaut werden. Unsere Spezialisten sorgen dafür, dass sie jederzeit ein klares, helles, kontrastreiches und scharfes Bild haben. Dazu ist bei Ferngläsern ja nicht nur wichtig, dass wir da hervorragend ein hervorragendes Bild haben, sondern ein Fernglas ist für viele, ein Arbeitsgerät, ein täglicher Begleiter. Das heißt, Sachen wie Robustheit, speziell bei den Modellen der Active-Serie oder auch bei den Modellen der XAD-Serie, bis hin zu dem Glas, auf das ich gleich noch näher eingehen werde, unserem Rapid, legen wir auch auf solche Attribute sehr viel Wert. Aber ein Fernglas soll sich auch gut anfassen, gut in der Hand liegen, mit einer Hand gegebenenfalls gut bedienbar sein. All das erfüllen alle Modelle, die Sie hier sehen. Heute möchte ich aber gerne auf zwei Gläser eingehen, die abseits der Attribute, die ich schon genannt habe, einfach noch einen besonderen Nutzen haben oder uns einen besonderen Vorteil bieten. Dazu gehört mit Sicherheit das 7,5 x 44 Rapid. Das Rapid ist extrem robust, macht nahezu alle ihre Abenteuer mit, ist speziell staub- und wassergeschützt, vor allen Dingen schmutzgeschützt, denn durch die speziellen Okulare sorgen wir dafür, dass wir uns keinen Schmutz direkt in den Mechanik reiben. Aber das eigentlich Besondere an dem Glas ist, dass es das schnellste Pirschglas ist aktuell. Der Vorteil liegt darin, dass Sie, wenn Sie das Glas einmal individuell auf sich eingestellt haben, ab einer Entfernung von 15 Metern immer scharf sehen, ohne dass Sie, wie bei anderen Ferngläsern, wie beispielsweise dem X-Active, noch fokussieren müssen über den Mitteltrieb. Ja? Ich kann das gerne kurz demonstrieren. Ein Fernglas mit Mitteltrieb ist auf eine bestimmte Entfernung scharf gestellt. Das Rapid ist ab einer Entfernung von 15 Metern immer scharf. Das heißt, gehen wir nochmal davon aus. Folgende Situation. Wir sind unterwegs, wir hören etwas, wissen aber noch nicht, was und wir wissen auch noch nicht, was wir gleich sehen werden. Aber wir wissen eins, wenn wir es sehen wollen, müssen wir jetzt schnell sein. Schnell sein können wir mit dem Rapid, denn das Einzige, was Sie tun, ist, Sie nehmen das Glas ans Auge, schauen in die Richtung, von der Sie was gehört haben und Sie werden sofort sehen, was sich dort bewegt hat. Das in Verbindung mit der extremen Robustheit sorgt dafür, dass es der ideale Begleiter auf jeder Pirsch, auf jeder Drückjagd, überall da ist, wo wir ein Fernglas brauchen, was extrem schnell uns ins Bild setzt. Neben einem extrem schnellen Fernglas kann es mitunter ja auch sehr hilfreich sein, sein Revier genau zu kennen. Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Schätzen und Messen. Und in so einem Fall ist es doch sicherlich ein wahnsinniger Vorteil, wenn man mit seinem Fernglas, mit dem man ohnehin immer unterwegs ist, auch sein Revier noch mal genauer kennenlernen kann. Das können Sie mit dem X-Range 10x42. Das X-Range 10x42 verfügt über einen Laser Range Finder und zehnfache Vergrößerung, sodass auch größere Distanzen zu überblicken sehr angenehm sind. Neben der Einzelmessung vor einem gezielten Schuss bietet Ihnen das X-Range aber auch die Möglichkeit, große Flächen abzuglasen und dabei gleichzeitig zu messen. Durch gedrückt halten der Messtaste unterhalb von einer Sekunde unterschiedliche Distanzen ausmessen. Zudem können wir uns auch die Winkel korrigierte Entfernung oder den Winkel anzeigen lassen, sodass Sie das X-Range auch ohne Probleme bei der Bergjagd einsetzen können. Damit wir nicht nur hervorragend messen in sehr kurzer Zeit, bietet Ihnen das X-Range dank des ED-Glas auch bei wechselnden Lichtverhältnissen immer ein kontrastreiches und scharfes Bild. Als zusätzliches Feature haben wir zwei Bedientasten auf der Vorderseite. Die eignen sich nicht nur dazu, im Menü unterschiedliche Einstellungen durchzuführen oder das Display zu dimmen. Nein, wir können, da es ja auf dieser Welt nicht nur Rechtshänder gibt, auch die Messtasten tauschen. Sie können das Glas individuell umprogrammieren, sodass Sie auch, wenn Sie Linkshänder sind und gerne das Fernglas einhändig in der linken Hand führen, bequem mit der linken Hand messen können. Sie sehen also, das X-Range vereint hochpräzise Messtechnik, brillante Optik in einem kompakten Gehäuse und somit haben Sie einen zuverlässigen Begleiter in jeder Situation zur Hand. An dieser Stelle auch wieder der Hinweis, weitere Informationen zu technischen Details unserer Ferngläser finden Sie auf www.minox.com oder noch besser, gehen Sie zu Ihrem Händler und schauen Sie durch ein Fernglas und zu unserem Hause einfach mal durch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in die Fernglaswelt von Minox geben. Ich bin mir sicher, hier ist auch das richtige Fernglas für Sie dabei. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass Ihnen mein Kollege Ivan von Lennep morgen mehr über unsere Zielfernrohre erzählen wird. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.